Ich hab den Schatz gefunden! Ich hab den Schatz gefunden! Ich hab den Schatz gefunden, Junge! Wer ist das? Was ist denn für ein Schatz? Mach eine Fotografie davon. Und dann fährst du dahin. Aber wir sind im Rebenbüro. Das ist ein Schatz! Fahr mit dem Auto dahin und guck ihn dir an. Du sollst hier abfotografieren. Berge? Das Meer? Siehst du irgendwo Sand? Absolut nicht, nein. Kein Sand? Keine Erde? Wo soll das sein? Wo soll der Schatz sein? Versteh ich auch nicht. Warte mal, ich hab das Foto von der Schatz gerade im Auto. Es ist genau hier! Ja, hier ist doch nichts. Da kann's ja wirklich nur hier sein. Anderen Ort gibt's ja nicht, ne? Ich glaube, ich hab den Schatz gefunden. Meinst du? Hallo, Buenas tardes! Einen schönen guten Nachmittag. Hier wieder euer Maurice Klingschmidt von SI Real Estate Mallorca. Ja, wenn ihr das Intro fleißig gesehen habt und verfolgt habt, dann wisst ihr, dass wir den Schatz ausfindig gemacht haben. Hier ist er und wollen euch diesen Schatz natürlich nicht vorenthalten, hier auf unserer schönen Sonneninsel Mallorca. Und nehmt euch einfach mal mit in dieses tolle, minimalistische, moderne Neubauhaus und ja, zeig euch das Ganze. Kommt doch mal mit rein! Dann kommen wir hier rein. Wie ihr sehen könnt, ein großzügiger, heller Eingangsbereich. Wir haben eine Sicherheitstür. Nicht, dass das notwendig sei hier in der Kolonia San Pere, im Nordosten der Insel. Denn hier ist es tatsächlich so, dass die Welt noch normal ist, die Welt noch in Ordnung ist. Hier grüßt man den Fischer nebenan noch, hier grüßt man den Nachbarn noch. Hier trifft man beim Prötchenholen eben morgens wirklich alle, die man so kennt im Dorf. Und das ist natürlich das, was hier auch dieses Dorf ausmacht, dass man das natürliche, das ursprüngliche Mallorca hier eben noch hat. Und ja, deswegen ist die Tür nicht ganz so wichtig, aber doch gut sie zu haben. Und dann sieht man, die Verarbeitung ist auch sehr gut. Wir haben Stauraum hier direkt im Eingangsbereich, natürlich auch sehr wichtig. Dann haben wir hier direkt den offenen Wohn-Essbereich, die Küche, die offene Küche. Ihr seht, das ist alles wirklich sehr hell. Man hat einen unglaublichen Lichteinfall. Natürlich ist die Ausrichtung auch perfekt. Das ist also eine Südostausrichtung und dementsprechend haben wir eigentlich den ganzen lieben langen Tag Sonne immer Licht. Wir haben den Nachmittag vor allen Dingen den Poolbereich, das sehen wir gleich noch komplett mit Sonne, mit Sonnenschein. Und das ist ja perfekt. Machen wir vielleicht hier nochmal weiter. Ihr seht, wir haben sehr, sehr hohe Decken. Das zeichnet natürlich diesen Wohnbereich aus, das zeichnet dieses Wohnzimmer aus. Man hat eben nicht das Gefühl, dass man eingeengt ist oder dass man zu wenig Platz hat. Denn man hat im Gegenteil sehr viel Platz hier in diesem schönen Objekt. Und dann kommen wir in die offene Küche. Ist auch ganz gut gemacht. Hier mit diesem Kunststein. Und ja, alle Elemente, die wir sehen, die Elektrogeräte, sind von Miele. Also gute Qualität. Dann haben wir hier einen direkten Zugang zum Hauswirtschaftsraum. Und seht, wir haben hier eben die Warmwasseraufbereitung. Ja. Und natürlich jede Menge Stauraum, Waschmaschine, Trockner. Auch ganz wichtig. Und wenn wir uns die Küche etwas genauer anschauen, dann sehen wir, wir haben hier auch ein Soft-Close-System. Gar nicht über die Tür schließen. Oder die Schublade schließen. Sie wird soft geschlossen, sie wird leicht geschlossen. Das ist natürlich auch ganz gut, wenn man Kinder hat. Ja. Dann haben wir hier das erste Schlafzimmer im Erdgeschoss. Ist natürlich sehr bequem. Für Gäste, für die Eigentümer selbst. Das kann man natürlich frei entscheiden. Ihr seht, auch komplett ausgestattet. Wir haben hier die TV-Anschlüsse, Stromanschlüsse, etc. Internet ist alles da. Wir haben hier die Klimakondukte. In jedem Zimmer, in jedem Bereich. Also wir haben Klimaanlage, kalt und warm, wirklich in allen Instanzen. Dann haben wir, ja, oben natürlich auch Fußbodenheizung in den Bädern. Das heißt, man hat im Winter dann nicht den kalten Boden, sondern den warmen Boden. Kommen wir hier ins Badezimmer im Erdgeschoss. Und das erste. Ja, alles sehr sauber, sehr clean gehalten. Mit der Duschplatte. Das ist natürlich ganz bequem. Und wie ihr sehen könnt, die Muster, die Fliesen, etc. Die sind alle unterschiedlich. Das heißt, in jedem Badezimmer hat man eine andere Verarbeitung. Aber das sehen wir gleich. Wir haben ein Fenster hier auch im Erdgeschoss. Das ist natürlich auch super. Und dementsprechend auch sehr hochwertige sanitäre Elemente. Und für die Fußbodenheizung eine individuelle Steuerung in jedem Badezimmer. So, dann gehen wir mal hoch und schauen uns mal die anderen Schlafzimmer an. So, dann kommen wir hier ins Master-Bedroom, ins Hauptschlafzimmer. Wie ihr sehen könnt, auch hier ein toller Licht einfallen. Obwohl das noch gar nicht die Hauptsonnenstunden sind, die wir hier haben am Vormittag noch. Und ihr seht, wir haben ein Bad & Suites. Alles sehr großzügig. Ja, ich bin eine relativ große Person mit rund 1,90 Meter. Und ja, ihr seht, wir haben viel Platz. Wir haben hier diese elektrischen Handtuch-Trockner. Wir haben ja sehr schöne Glaselemente hier. Wir sehen auch der Duschkopf. Die Dusche selbst ist ja mit einem sehr schönen und hochwertigen Material noch ausgestattet. Und ihr seht eben, jedes Bad, besser gesagt, ist in einem anderen Stil und hebt sich voneinander ab. Ich denke, das ist ja auch ganz gut. Sehr hochwertige sanitäre Elemente und wieder die individuelle Steuerung für die Fußbodenheizung. Und ihr könnt sehen, wir kommen ins Master-Bedroom, ins Hauptschlafzimmer und haben diesen tollen Blick. Und haben einen begehbaren Kleiderschrank, sodass auch die größten Modeliebhaber genug Platz haben, um ihre Kleidung zu verstauen. So, dann kommen wir vom Master-Bedroom auf die private Terrasse hier. Ist natürlich wunderschön. Ihr seht im Wohnzimmer eben den... Wir haben komplett das Wohnzimmer in Sicht. Das heißt, wir können ganz gut beobachten, was unsere Lieben, was unsere Kinder, was unsere... Ob da alles gerade gut ist, ob alles in Ordnung ist. Alles passt und haben diesen tollen Blick. Und jetzt stellen wir uns ganz kurz vor, dass wir hier stehen, auf die Bucht von Alcudia schauen und die wunderschöne Sonne genießen. Ist vielleicht gut zu erwähnen, dass wir im Februar sind und ihr seht, es ist wunderschönes Wetter. Es ist eine angenehme Temperatur, wir haben über 20 Grad und es könnte schlechter sein. So, dann sind wir hier wieder im zweiten Schlafzimmer. Wie ihr sehen könnt, wurde auch hier viel mit Glaselementen gespielt, um einen besonderen Lichteinfall zu schaffen und natürlich auch einen Mehrblick. Wir haben in beiden Schlafzimmern im Obergeschoss Mehrblick und dementsprechend natürlich, ja, eine gute Perspektive. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir auch in allen Schlafzimmern hier Stromanschlüsse, TV-Anschlüsse und Internetanschlüsse. Ich denke, das ist in der heutigen Zeit ja besonders wichtig und die Vorrichtung, um eben den Fernseher hier installieren zu können, direkt an der Wand. Also der Platz ist da und dann könnt ihr sehen, wir haben die Klimakondukte, dementsprechend haben wir in allen Bereichen Klimaanlage kalt warm. Und ja, haben hier in diesem zweiten Schlafzimmer im Obergeschoss wieder ein Walk-In Closet, einen kleinen begehbaren Kleiderschrank und eben wieder ein Badezimmer. Schlafzimmer ist es nicht. Wieder ein Badezimmer und dieses Badezimmer hebt sich wieder etwas ab vom Stil, von der Verarbeitung, von den anderen Badezimmern, die wir haben im Haus. Und ja, ich denke, das ist ganz schön. So, dann haben wir noch ein kleines Ass im Ärmel und eine kleine Überraschung für euch und zwar das absolute Highlight dieses wunderschönen Hauses aus unserer Sicht und nehmt euch einfach mal mit. Kommt mal mit hoch. Ihr seht, wir haben hier eine vollautomatische Hydrauliktür, die Wärme und schallgeschützt ist und dementsprechend, ja, die perfekten Voraussetzungen bringt, um auf dem Dach zu sein. Kommt zum Herzen des Hauses. So, dann kommen wir zum Herzen dieses wunderschönen Objekts. Das muss man jetzt mal sacken lassen in unserer Branche. Das ist ja etwas verrufen, dass wir sehr viel reden. Deswegen lassen wir das jetzt mal sacken. Was erwähnt ist ganz wichtig hier auf dieser wunderschönen Sonnenterrasse, auf dieser privaten Dachterrasse, dass wir hier einen verstärkten Bereich haben, der sich genau hier befindet. Das heißt, in diesem Bereich haben wir auch die Anschlüsse für einen Jacuzzi und dementsprechend, ja, muss man sich das einmal vorstellen, visualisieren. Man ist hier auf dieser tollen Dachterrasse im Jacuzzi, hat vielleicht ein Glas Wein, ein Glas Sekt, ein Glas mallorquinischen Rotwein idealerweise und schaut auf diese traumhafte Wucht. Ganz besonders an diesem Ort ist natürlich, dass wir zwischen den Bergen sind. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Berge und auf der anderen Seite das wunderschöne Meer. Sodass man tatsächlich das Gefühl hat, man lebt zwischen dem Meer und zwischen den Bergen, was ja auch so ist. Das ist nicht nur das Gefühl. Natürlich super, wir haben eine Außendusche. Das heißt, wenn man eben aus dem Jacuzzi kommt, muss man nicht nass erstmal durch das komplette Haus. Man hat hier eine Außendusche und kann sich natürlich dann dementsprechend auch hier duschen. Was hier oben sonst noch zu erwähnen ist, ist, dass die Fliesen auch rutschfest sind, so wie im kompletten Außenbereich. Also auch um den Pool sind alle Fliesen rutschsicher. Ja, dann sind wir hier im Poolbereich. Ihr seht, wir haben einen schönen großen Pool, haben ordentlich Greenzone, haben überdachte Terrassen hier im Außenbereich, haben eine Außendusche, haben Meerblick. Ich denke, besser geht es eigentlich nicht und vor allem in dieser Preisklasse ist das natürlich wirklich ein Highlight hier auf Mallorca. Und ja, schaut euch doch selbst um. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt, den viele wahrscheinlich jetzt oder die, die darauf achten, natürlich sagen werden, ja, was ist denn mit der Privatsphäre, was ist denn hier mit der Hecke? Es ist ein Neubau und dementsprechend muss die Hecke natürlich erstmal wachsen und gedeihen und wenn diese gewachsen und gedeiht ist, dann haben wir natürlich ordentlich Privatsphäre und ich denke, gerade bei dem Eckhaus ist das ja doch nochmal etwas besser als bei den anderen Einheiten und ja, ganz toll. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir eine solide Verarbeitung, solide Baumaterialien und einen noch viel solideren Kaufpreis. Ja, wir haben Fliesen im kompletten Wohnbereich, in allen Bereichen, in allen Distanzen. Ich denke, das ist natürlich pflegeleicht, das ist ja angenehm, das ist im Hochsommer natürlich auch kühlen und kühlen und ja, ein tolles Objekt aus unserer Sicht. So, dann sind wir jetzt hier im Keller. Es ist natürlich in Spanien auch nicht selbstverständlich, einen Keller zu haben, wie die meisten Spanien- und Mallorca-Liebhaber wissen, die sich mit dem Thema Immobilien in Spanien oder Immobilien auf Mallorca beschäftigen. Das hat natürlich auch Gründe. Ein Grund ist oftmals der harte Boden und natürlich auch das Gestein und dementsprechend hat man nicht so oft eine Unterkellerung und es ist doch etwas Außergewöhnliches. Und man hat ausreichend Stauraum, man hat nicht nur einen Abstellraum, einen Trastero, den man üblicherweise in Spanien hat. Hier können wir sehen, die Reserve-Wassertanks, das heißt natürlich, wenn es mal, das ist früher mal so gewesen, das ist allerdings schon 50 Jahre her, da gab es dann mal Wasserknappheit auf Mallorca und dann wurde natürlich oftmals auch das Wasser in kleineren Gemeinden ausgeschaltet. Und dann hat man diese Reserve-Tanks ursprünglich immer gebaut und das wurde hier auch gemacht, einfach weil das nahe lag, das auch zu haben. Ich denke, das ist ja eine zusätzliche Sicherheit, die man hat, auch wenn es überhaupt kein Thema ist und überhaupt nicht relevant ist. Dann haben wir eine Wiederaufbereitungsanlage, diese Wiederaufbereitungsanlage, die wir hier eben sehen, Wiederaufbereitungsanlage, hat natürlich den Zweck oder erfüllt den Zweck, dass man das Abwasser, also nicht das Toilettenwasser, ganz wichtig, das geht natürlich direkt in die Kanalisation. Aber alles, was Duschwasser ist, in der Küche etc., das wird alles dann sozusagen nochmal aufbereitet, nochmal gefiltert und anschließend eben für die Bewässerung des Gartens genutzt, indem wir natürlich ein automatisches Bewässerungssystem haben mit Tropfsystem. Pooltechnik, alles nach EU-Norm, alles nach EU-Standard und alles wunderbar gemacht. Dann vielleicht nochmal abschließend die wichtigen Key Facts zu diesem tollen Objekt. Es ist so, dass wir nicht nur eines dieser Objekte hier verkaufen und vermarkten, sondern tatsächlich insgesamt 27 Einheiten. Das heißt, ja, es ist genug für alle, die halt mal da, die uns kontaktieren und an den Objekten interessiert sind. Wir haben wahlweise drei oder vier Schlafzimmer und zwei beziehungsweise drei Badezimmer. Hier in diesem Fall haben wir drei Badezimmer und drei Schlafzimmer, drei separate Schlafzimmer, den offenen Wohn- und Essbereich. Wir haben die Unterkellerung mit der Technik, wir haben den Pool-Außenbereich. Wir haben eine bebaute Fläche von 369 Quadratmetern und eine Grundstücksfläche von 434 Quadratmetern und einen reinen Gartenbereich, also ohne die Außenterrassen auch zu zählen, von 271 Quadratmetern. Diese tolle Neubauimmobilie kann erworben werden für einen Kaufpreis von 839.000 Euro. Wir denken, das ist ja ein tolles Angebot in dieser Lage zwischen den Bergen, zwischen dem Meer, in einem Ort, der so natürlich ja nicht sein könnte und natürlich das ursprüngliche Mallorca widerspiegelt in erster Linie, das Mallorca, das sehr viele Mallorca-Kenner auch lieben. Und ja, teilweise vermissen würde ich nicht sagen, weil man hat es ja immer noch. Dementsprechend kann man sich das also auch immer mal suchen und dorthin fahren und ja, in diesem Bereich sich wohlfühlen. Aber wir denken, das zeichnet natürlich dieses Gebiet aus, dass einfach keine Hotels hier bestehen, dass man also direkt am Wasser ist, dass man ja auch unabhängig davon, ja, Geschäfte hat im Ortskern. Man hat also Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte etc. Und ja, es ist eine ganz besondere, tolle Lage zwischen den Bergen und zwischen dem Meer und hoffen, das gefällt euch. Wir haben insgesamt drei Einheiten noch, die jetzt in dieser Bauphase noch verfügbar sind, aktuell noch verfügbar sind zum Kauf und auch schon fertig gebaut sind. Das ist diese Einheit hier, die auf der Ecke ist, wie man sieht. Dementsprechend auch etwas hochpreisiger mit 839.000 Euro. Und wir haben also hier gegenüber baugleich einmal auch mit drei Schlafzimmern und drei Badezimmern eine Einheit und die kann bereits erworben werden für 760.000 Euro. Allerdings unbübliert, bis auf die Küche, Sanitärelemente etc. Und hier haben wir also das Haus komplett ausgestattet und eingerichtet zu diesem Kaufpreis. Wenn ihr jetzt sagt, das hat euch so gut gefallen, dass ihr vielleicht euren Traum auch leben möchtet und dass ihr vielleicht die Idee habt, auch nach Mallorca zu kommen und das zu leben, zwischen Bergen und Meer zu leben mit einer mediterranen Brise in einem ursprünglich geprägten mallorquinischen Dorf, dann setzt euch doch gerne mit uns in Verbindung, gerne über unsere Webseite www.sae-mallorca.com, gerne auch telefonisch, gerne via E-Mail vorab über die sozialen Netzwerke, wie ihr das bevorzugt. Und ja, wir freuen uns, wünschen euch eine gute Zeit, schicken euch ganz viel Sonne aus diesem wunderschönen Ort und alles Gute. Hasta luego! Juan, wir haben den Schatz gefunden! Nein! Hier ist er! Wirklich? Wir haben es geschafft! Boah! Ah! Wirklich? 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 Wirklich?